Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wir spielen hier mal wieder auf dem LP mit Kev.de Server eine Runde Lucky Bad Wars. So. So, wir sind im Team Rot. Ich hoffe jetzt, ich bin jetzt im Team Gelb. Ne, im Team Rot. Ich dachte gerade, genau, das ist die Map, die... Ist das hier die LP mit Kev.de Server? Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Holzbretter. Und ich hoffe, meine Maus ist jetzt nicht mehr so laut wie letzte Folge. Dann machen wir das hin und dann. Und die Truhe. So. Okay. Uh, nice and smart block. Packen wir erstmal hier die Äpfel. Und das rein. So, und dann machen wir uns einen Brustpanzer draus. Achso, okay. So, dann gehen wir hier. Okay, hat schon einer zugebaut. Okay. So, da haben wir wieder Holz bekommen. Holz. Kommt ihr mal raus? Okay. Da haben wir uns auch schon mal zugebaut. Noch eine Werkbank. Warum denn immer so viel Holz? So, was haben wir jetzt hier? Und noch die Tränke, die Nerven. Können wir uns jetzt dadurch einen Goldapfel machen? Und dann können wir uns hier einen Goldapfel draus machen. Und einen normalen. Ein Schwert. Nice. Stärke, okay. So, und dann gehen wir rüber. So. Jetzt will ich mal... Okay, das ist eine Sprungkraft. Das ist gut. So. Mein Handy hat gerade gebingt. Okay. So, wo haben die nur ihr Bett? Okay. Nein, aber ich bin auch runtergefallen. Okay, wir haben die wenigsten getötet. Jetzt ist natürlich alles weg. Das ist nur schade. Was hat man jetzt? Okay. Schade, reicht auch nicht. Okay, dann muss ich dort erst mal das Gold rein. Wasser. Okay. Okay. Oh, komm mal wieder ein Stern raus. Nee, das kann ich nicht. So, mal da. Eisenheim, okay. So. Baublocken, okay. Nice, wir haben TNT. Okay, ich hoffe, mein Aufnahme läuft noch, da meine... Mist, ich bin tot. Okay. Okay. Nachtsicht haben wir, das ist gut. Mist. Okay, wir sind tot. Ja, und dann gehen wir raus. Nein, würde ich sagen, dann warst du schon für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. But I, I don't care.